Willkommen zurück im Kanal für ein neues Video und ja ich hoffe die letzte Video hat euch gut gefallen und ja Leute wir sind hier, wir zeigen euch Übungen die ihr zuhause machen können und ja es gibt viele Leute die haben keine Möglichkeit draußen zu gehen und ja Leute könnt ihr die Übungen zuhause machen in einem kleinen Platz oder irgendwo ja Leute jetzt wir fangen an mit den Übungen. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.